Ich hab keine Ahnung. Es ist Abwürfball! Bauphase. Wo bist du? Bist du auch Team Blau? Hi, was geht denn? Ich baue da jetzt auch ein paar Blöcke hin, ne? Ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Ich platziere einfach Blöcke hin. Man schießt die mir Bogen, ne? Die Wings. Schneebälle. Ja, tut man. Ich glaube, man kann die Blöcke damit abschießen. Ne? Man kann sie auch so werfen. Jo. Ich glaub, beim Bogen schießen ist cooler. Hab einen. Aua! Hab noch einen? Der Profi, der Profi. Ich wurde erwischt. Ja, ich wurde auch gerade erwischt. Ich hab zwei Leute. Bitte. Ich muss erstmal in den Spielmodus reinkommen. Der ist richtig geil. Aua! Ich hab jemanden umgebracht. Ja! Ich hab noch einen. Mist. Achso, jetzt eh wieder baut. Jetzt können wir wieder zubauen, ne? So ein bisschen. Wobei das eh eh weggeschossen werden kann. Ich weiß gar nicht, wo ich hinbauen soll. Brauch ich einfach mal. Brauch ich einfach mal. Brauch mir jetzt. Einfach ein Protest und wurde damit direkt umgebracht. Direkt in Sekunde eins war ich tot. Na? Na? Ah, Mann. Du bist einfach der Mega-Killer hier. Ich suche immer deine Sicht auf, ne? Die kommen immer dichter an uns ran. Nein! Ne? Wir müssen aufpassen. Die kommen immer dichter an uns ran. Das hält mir gerade auf. Nein! Sie geht's! Aber wir müssen aufpassen. Die drängen uns immer weiter zurück, ne? Wir haben nicht mehr viel Fläche. Wir müssen wieder vorne gehen. Wir müssen wieder wegdrängen. Ja, genau. Au! Nein! Achso, die Bauchfaser. Ja. Wir müssen uns weiter vorne behaupten, ne? Damit die wieder zurückgeschläut werden. Hä? Ich hab mich gar nicht losgeführt. Ja, anscheinend schon. Ich glaub, wenn man die wirft, kann man nochmal andere Leute zurückschleudern, kann das sein? Ne? Ja. Ja, ich glaub auch. Ja, wir verlieren sowas von, ne? Das geht nicht mal nach vorne. Ja, weil die uns immer wieder zurückgedrängt haben. Ne? Die haben uns immer wieder zurückgedrängt. Ja. Am Ende wird das Spiel richtig Spaß gemacht. Ja, weil man, ich glaub, wenn man es ein paar Runden spielt und kapiert hat, ich weiß ja vorher gar nicht, worum es geht. Kann das, glaub ich, ganz cool sein. Wollen wir noch eine Runde? Ja, können wir noch. Können doch heute das Game spielen, das ist ja mal wieder was anderes. Ja. Ne? Ne? Ja, ich hab ein bisschen in das Game reinkommen. Ich hab 12 Uhr und heiße Kiss. Ja, ich hab das bei dem ersten Mal doch gar nicht kapiert, worum es geht. Wir müssen auch gucken, dass wir nach vorne pushen, ne? Wir wurden sowas von zurückgedrängt, ne? Ja, ich wusste gar nicht, dass es um Puschen geht. Ich hab das auch erst mittendrin gesteckt, weil ich gesehen hab, dass die grünen immer dichter kommen. Da hab ich so hinten hingucken und gesehen. Wer bist du denn? Ich hab mal einen anderen Skin aus dem Ritterpack einfach zurück. Ich hab mal einen anderen Skin gewählt. Ne, diesmal grün. Diesmal gewinnen wir. Wir sind grün. Achso, er ist ja erst mal Bauchphase, du. Kannst vergessen, ich wollte schon alle umbringen. Taktischer Penis. Warte. Ne? So. Nein. Ne, ich baue einfach mal ein bisschen, ne? Taktischer Penis. Ja, auf jeden Fall. Und Tim bringt dir auch sehr viel, glaub ich. Danke. Hä? Er war direkt abgeschossen. Ich spawn und bin dead. Ja. Ja. Ja, aber wenn du direkt weggeschossen wirst, ist das mal normal, ne? Ja, ist klar. Digga, was macht die denn da? Ich will die abschießen, aber ich treff die einfach nicht. Dieses dumme Mädel da. Ja, der eine hat einfach einen Melonen-Kopf. Soll ich den scheiß Melonen-Kopf nicht treffe? Ja, moin. Natürlich trefft er jemand. Ah ne, jemand auch. Das hab ich getroffen. Ich hab ihn tatsächlich, glaub ich, umgebracht. Da sieht aber schon wieder scheiß so für uns aus, ne? Ich schneid mal kurz die Leute, die AFK stehen rum, ne? Wir haben mal kurz zwei, die sich nicht bewegt haben, weggesniped. Wie viel? Ah, du hast drei? Ja, ich bin da drin. Mit Kitz und so. Aber da standen gerade so... Ach so, Mann! Das wollte ich nicht von vorne! Weißt, die Bausachen können von Dings, äh, können von Dings zerstört werden, ne? Von Schüssen. Ach so, okay. Wenn du draufstehst auf den Block wird der zerstört. Und natürlich, wenn die Blöcke von dir stört, wenn du dich da halt ran rückst, wäre es auch immer funktioniert. Das hab ich noch nicht ganz kapiert. Na? Danke. Oder? Ah, schlecht. Na? Das hab ich noch nicht ganz kapiert. Hä, wie ist Edna auf WG? Danke. Ja. Danke. Ich lauf raus und krieg direkt einen Schneeball in die Fresse. Danke. Na? Wie hast du genau passiert? Das hab ich noch nicht kapiert, irgendwie. Also wie man die zurückdrängt, das hab ich noch nicht ganz kapiert. Ach so, anscheinend. Mit dem du den dichtesten tötest. Hm. Jetzt brauchst du wieder. Ja. Die kommen aber auf der anderen Seite. Ich glaube gar nicht. Du bist ja mal zurückgestört, als ob du hier rüber gehst. Aber wenn du, glaub ich, den, der am dichtesten dran steht, tötest, dann drängt man die, glaub ich, wieder zurück. Ne? Also wenn du die, die vorne stehen, tötest. Ja, ich hab grad einfach... Jo, guck mal, wie viel die innerhalb von Frauen... Ja. Ja, durch Kehlzeit kommst du, glaub ich, dich da ran, ne? Ja, als ob ich den Typ nicht treffe. Ach so, nur als Info, du kannst auch mit dem Schieber werfen. Ja, ich weiß, aber dann schubst du dir ja nur zurück. Ne? Na, du kühlt dich auch. Ja, hab ich noch so gesehen. Ja, ich hab einfach den Eindrücken, der mich getötet hat, auch umgebracht, ne? Der Typ verreckt ja auch nicht mal. Ja. Guck mal, der Typ pusht sowas an. Ja. Ja. Der Typ ist auch wirklich auf jeder dieser Trophäen drauf. Der ist halt immer zu einem gekommen und ich hab den sofort geholt. Ja. Hexen. Ey, ist halt wirklich auf jeder dieser Trophäen drauf. Hast du gerade gesehen. Na? Ich hab halt auf allen drei Plätzen... Er hat alles am meisten gemacht. Man, er hat gackt. Ja, auf jeden Fall. Ich hab noch ein Kills. Ein 5. Depp. Ja. Du hast ja gar mehr Kills als Tode. Ich glaub bei mir ist das genau anders. Ich hab 10 Blöcke platziert. Wow. Doch so viele. Doch so viele Blöcke platziert. Kann man das nicht rum? Ja, kann man. Soweit ich weiß. Platz hier einfach ein bisschen, dann ein paar Blöcke noch. Ich hab hier so ne Mauer zwischendurch. Ist es Kampfphase? Nö, ist noch Kampfphase, deswegen. Also bevor anfangen ist, deswegen. Kann ich hier jetzt auch kuschen? Ja. Jetzt kommt Phase. Dad. Eine Minute lang kam Phase. Da hab ich schon mal einen weggehalten. Dad. Du hast den aber auch umgebracht, ne? Das ist ja immer ganz geil. Dann kann man sich gegenseitig treffen, ne? Ich versuch jetzt auch mal sonst so diesen Dings hier zu machen. Na? Komm. Ich glaub, wenn du die wirfst, dann hast du nicht so ne Distanz. Kann nicht sein. Komm was denn? Die holen wir jetzt, Alter. Eine Jalla. Mann. Geht doch. Warte, ich glaub, wenn man ein Gen springt. Ja. Ich glaub, wie lange... Der... Ach, der Jäger. Ah, ich hab ihn... Hä? Ja, dieser eine Typ hüpft da die ganze Zeit durch die Gegend, ich will ihn die ganze Zeit wegmachen. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Na? Ja. Die bauen aber... Ja, die bauen immer halbe Bogen. Könnten wir theoretisch auch... Wenn wir wollen. Oh, hier soll man wissen, weil ich da auch keine Ahnung von hab. Danke! Ich war grad noch beim Bauen, weil auf einmal Kampfphase und direkt weggesniped. Ne? Ja. 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 Da hab ich auch mal jemanden umgebracht. Ja. 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 Das ist am besten hier super, oder? Ja, ja. Ich reine auch von diesem Bärchen hinterher. Oh, ich hab einen! Freund, er steht! Guck mal, wo ich hier an mir steht! Typisch, gell? Nee. Neue Runde? Ja, wie gesagt. Lass doch mal in neue Lobby gehen. Du musst schon auswählen. Na, lass mal in neue Lobby gehen. Dann wird das vielleicht besser, dann sind da vielleicht noch. Ja, natürlich, der eine Typ, der ist schon namendisch. Was denn? Ich hab schon zwei Namen gelesen, gegen die wir eben schon mal gespielt haben. Ja, hier ist ja auch schon wer den Scan. Ja, und ich hab grad Cynonite und Linud gelesen, und die haben wir grad schon gespielt. Ja, warum kann ich mich eigentlich mit der Maus nicht drehen, hm? Wiss ich. Ach so. Wie der Lobby gehen das ja nicht. Ah, jetzt sind wir mit diesem Typen da, der alles rasiert hat. Ja, und dem anderen. Jetzt sind wir mit denen, die uns eben rasiert haben in einem Team. Vielleicht wird's ja jetzt besser. Hoffen wir mal, dass wir mal eine Runde gewinnen. Ja, weil der Cynonite und dieser Le Dings da, die waren ja wieder im Gegner-Team auf jeden Fall. Die hab ich wieder erkannt. Ich hab jetzt die Frau, die mich dauernd abgefuckt hat, weil sie mich dauernd gerüllt hat. Okay. Ich hab einfach noch ein bisschen durch die Gegend geprassiert, weil sie hier blöcke. So kann ich ja anders. Schade. Ich werd doch getötet. Schauen wir mal, wie kommt das passiert. Was eh gleich wieder weg ist. Für zwei Sekunden. Da hab ich jemanden erwischt. Mal wieder. Einen Kill. Jetzt kommt ein Glück schon. Ja, auf jeden Fall. Ich glaub wir sind da und wir dürfen einfach nicht mitspielen. Das Spiel ist verflucht, wenn wir mitspielen. Guck dir jetzt einfach an. Die bringen uns schon wieder weg, ne? Aber ich kann nicht mehr sterben, ehrlich gesagt. Jetzt. Bin jetzt zum zweiten Mal gestorben, aber trotzdem bringen die uns schon wieder weg. Wie sonst was. Ja, guck mal, die bleiben auch da hinten. Ja. Oh Mann. Wir müssen weiter hier. So. Ich brauch jetzt auch wieder einfach irgendwas, ne? Da muss ich mal den Bauch hoch. Ja, das ist... Wir sind in diesem Update dran und haben noch was. Also da wirst du mit dem Block nicht wegkommen. Ich hab jetzt auch mal weiter hinten rum, ne? Aber dann kann ich glaub ich keinen treffen, ist das Problem. Ich weiß nicht wie weit das geht hier. Hab ich doch dumm gehört. Ah, das gewinnen wir. Nee, zur Zeit sind die vorne. Guck dir die Balken an. Oh, wo ich glaub ich bin. Hä? Wir sind doch blau. Äh, grün. Nein, wir sind blau. Wir sind Türkis. Oh. Wir kämpfen doch gegen grünes Feld, ne? Was? Ich bin Farben blind. Ja, auf jeden Fall. Aber selbst wenn wir Farben blind wärst, solltest du hier Unterschiede sehen. Und die dementsprechend zuordnen können. Und ich will die eine hier ganze Zeit abschließen, aber ich glaub die will auch nicht abschließen. Hey, ich glaub in der Luft gut. Ja. Mit dem richtigen Schott geht das. Hä? Ja. Nikolaus. Gentleman. Steht aber auch einfach nur rum. Ah ja. Das können wir safe wieder. Vielleicht das doch was anderes spielen. Die können wir nur auf die Fresse. Okay, das kriegen wir eigentlich in jedem Game meistens. Also macht's keinen Unterschied, ne? Ja. Ja. Jetzt können wir den trotzdem verwecken. Hm. Ja. Ja. So gut. Ja, danke. Guck, wir haben das zum Beispiel unseren ganzen Berg und so schon verloren. Allein wenn du nur guckst, ne? Ja, jetzt haben wir ihn wieder. Ja. Vielleicht ist das auch gar nicht so dumm als Noob einfach. Ach so, ist Mitte eigentlich, oder? Ja, jetzt scheint's wieder ausgegeben zu sein. Hm. Das ist gar nicht so dumm als Noob irgendwo hinten stehen, sobald man nicht so leicht getroffen wird. Weil, ne? Es geht ja nach Kills, ne? Ja, aber man trifft halt selber, glaub ich, noch nichts. Ja, aber das ist ja egal. Wenn die anderen alle die wegtreffen... Guck mal, wie viel ich grad holt! Guck, Kills bringen jetzt vier rein. Okay. Also wenn wir die jetzt gut holen, dann können wir die noch wegziehen, ne? In Chat stand grad, dass Kills vier reinbringen. Alter, ich bin... Wenn du jemanden umbringst jetzt, ne? Ja. Ich hab schon mal einen weg. Ja, das kann... Jetzt, also jetzt ist das spannend, weil jetzt halt, ne? Jetzt kriegst du richtig viel, wenn du einen umbringst, ne? Ne? Oh mein Gott. Ne? Wenn du jemanden tötest, kriegst du jetzt richtig viel Space. Zack. Aber es gewinnen wird. Ja, ja. Auch jetzt, weil auf einmal, wir haben uns zurückgekämpft. Und jetzt bringt ein Kill halt übelst viel Space, wie ich grade vorgelesen hab, ne? Genau. Wenn jemand stirbt, vier rein halt. Cooler Sieg! Ich hab 18 Kill. Ich hab vier. Ich hab Zweiter. Ja, du bist ein Zweiter. Du bist... Du bist der mit den meisten Kills. Du hast die meisten Leute umgewacht in dieser Route. Ja, komm, det ist der mit dem. Kommen wir denn? Ja, komm, die haben wir... De haben wir...